Willkommen Brust zum nächsten Mal zu Alice Madness Returns wir können uns erinnern hier haben wir die letzte Erinnerung eingefangen und wissen dass wir verdammt viel Leben verloren haben im letzten Part Prozent in dem letzten Duell möchte ich sagen sie kommen auch bestimmt durch das haben wir auch geschafft in dieser verrückten Welt diese Türbe zu gehen habe ich das so eine Ahnung wo sind wir hier das Wasser ist auf jeden Fall das ist nicht mit mir groß Alice lässt sich nicht unterkriegen soviel steht fest nein da haben wir nichts zu tun wow das war knapp noch irgendwas verstecktes hier nicht das ich erkennen könnte gut ab zum nächsten Raum da ist eine Wabe die wir kaputt machen können hier sind noch ein paar kleine versteckte Zähne wir haben schon wieder 421 müsste er schon wieder fast reichen für für ein neues Upgrade haben wir wieder unser Feuertempel Feuerspeitempel die mir natürlich nie wirklich gefallen weil besonders bei der Plattform wie ihr seht ist weit ist denn die Radiesel gut die Frage hat sich jetzt schon damit beantwortet so an sich ist dieses Feuerdingens ja eigentlich kein Problem denn hier haben wir auch noch was versteckt ist glaub ich jetzt mal so jedenfalls nicht der ursprüngliche das geschehen sein den Alice ah verstehe jetzt können wir da oben rauf gut ja wunderbar damit hat sich dann ja doch schon ein neuer Weg sich ergeben so ich hoffe das war jetzt richtig weil wenn der hoch fährt springe ich da rauf ja ja müsste es ja gewesen sein jetzt müsste die Tür aufgeben hoffe ich doch jawohl geht so sogar auf guten Stellen und sie und sagen hieschen hin werden noch mal mit der Säule laufen nicht dass ich daran verbringe das bleibt sogar naja gut ok und eine Rutschpartie und wir sind wieder ins nächste verrückte Paint Abenteuer oder ja ihr wisst was ja was das ja bedeutet wir werden wieder etwas 2D Jump in Run spielen die Kriegführenden ohne Sinn und Zweck missbrauchten und töteten ihre friedfertigen Opfer die sie dafür hassten dass sie anders waren die Invasoren verdarben die heile Welt die Überfallenen konnten die gnadenlose Brutalität nicht verstehen trotzdem blieben sie und versuchten ihre Unterdrücker zu beschwichtigen und ihre Vergangenheit zu retten die Eindringen in Intervallen anstatt alle auf einmal zu töten die unglücklichen Überlebenden lebten in ständiger Furcht weiter gibt es ein schlimmeres Schicksal wow Tja Kriegskunst ist eine ganz verdammt eklige Angelegenheit wenn man es so nimmt lol ach komm das war ja auch fies oder ich meine den konnte man ja fast gar nicht ausweichen möchte ich meinen ich kenne noch mein Glück ich kenne noch mein Glück ihr kennt meins Hilfe geht er kaputt ja wortwörtlich es geht alles kaputt Pipsch Pipsch Hüpfel Kowski Wau sorry da hat wieder die Reaktion gefehlt die schnelle Reaktion vor allem mehr hierauf darauf hierauf wups wups ich weiß auch eigentlich nicht wofür für die siebfürsich jetzt wiederum gut sind aber ist wahrscheinlich auch nur so der Effekt zum einsammeln Pam Pam echt süß gemacht das Spiel muss man immer wieder erwähnen das war zu schnell sorry ach Menno dann probieren wir es einfach nochmal von vorne an gut guter Mann war das jetzt mal folgendermaßen so wie ich mir das jetzt jedenfalls vorstelle einmal zweimal dreimal und geschafft ich habe ein ganz schlechtes Gefühl jetzt sich hier gerade aber nun gut ich habe mal bestimmt ein Geheimnis Dankeschön Mercii ein weiterer Pfirsich den wir zu essen vermagen können da da ist sogar noch ein Pfirsich den wir auch noch essen und den Zahn natürlich mitnehmen da war ein Zahn den will ich auch noch haben so ich behaupte ja mal dass auf der Seite noch irgendwas verstecktes ist dafür wären denn die Zähne nicht hier Dankeschön mein Verdacht hat sich bestätigt ich hoffe wir kommen da über die Zähne rüber ohne jeglichen Schaden davon zu kriegen na wunderbar haben wir auch noch geschafft und im Hintergrund zerfallen die Welten und alles zerfällt wenn ich das mal so ausdrücken darf ach so verstehe ich hätte da nicht an der Seite springen dürfen naja gut dann machen wir das nochmal dann springen wir jetzt hier oben rauf ich muss jetzt nur noch mal gucken wie die Bogenschützen hier schießen haha nicht getroffen du kleine Pappnase boah was machen die denn hier das ist ja mehr als Alfe das ist ja auch einer ganz versteckt das ist ja mal ein ganz fieses Lustchen LOL ja ja das war wieder natürlich total gut organisiert muss man ja mal sagen ja natürlich nicht warum sollte Alice auch da hoch kommen ja das war aber verdammt knapp wieder aber wir haben es geschafft und das ist das einzigste was zählt den Zahlen haben wir wieder mitgenommen wunderbärchen und damit sind wir weiter Dungeon verlassen oder was denn ja wie nennt man sowas dann Jump'n'Run'Paw Battle das kurzfristige und es geht weiter ja wir haben es geschafft und eine neue es war klar es war klar es war klar was erwartet uns denn mehr ach so rechts 2 ich finde es ist gerade eine ziemlich schwierige Situation das war wir haben die 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 z die 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 Dinge da L die 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 solche ja die einsteiger es war den Kampf konnte er nicht gewinnen das war selbstverständlich wir haben 486 10 hier dürfen wir nicht vergessen so zu machen ja unser Leben ist doch relativ weit runtergerutscht die ganze Zeit ist eigentlich schon wieder denn doch die Gegner wenn jetzt doch so ziemlich in den Rand die Gäste nicht dass mich das verunruhigte aber das so also ich darf da nicht unterspringen schade eigentlich wäre eigentlich eine sehr interessante Angelegenheit gewesen dann machen wir hier mal das Rätsel mal wieder und wieder windet sich der Schatten Drache den Pfad entlang folge dem Drachen Alice ich verstehe wie der Hase läuft wirklich ganz logisch zumindest jetzt ein zweiter Drache den wir mal wieder ja also ein weiteres Rätsel bevor ich mich hier wieder verblubbel ach so da kriegen wir auch unser Herzen hin die Gegner sind doch nicht so schwierig eigentlich ne ganz kleine Lebensauffüllungsnummer hier meines Erachtens 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 aber wie viele und das sagen alles mal ein Ende damit können wir das und kommen zum Beispiel schon mal unser erstes Füßele aber es geht anscheinend noch viel viel weiter ach ja jetzt erklärt sich auch woher wir ja das war aber alles ein bisschen möchte ich meinen rein von der Größe her da oben ist eine Plattform das sieht man unser Leben ist voll leider also die Ameise kann uns da nicht wirklich viel helfen schon geil gemacht verrückte Idee es hat sich was verändert das sind bestimmt die Plattformen das erkennt man hier schon an den leichten Schimmern wieder Wunderkönst du das oh es wird gehen was so denn geht das wieder runter gut nicht dass so trotz wir sind hier noch nicht ganz fertig denn wir müssen hier noch was erfüllen aber hier waren wir ja hier war ja der Kampf mit dem Raum hier das mit den Steirn Alice 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 das woher die Nase kribbelt so werden was wird uns denn jetzt noch wir uns fehlen noch zwei Steine ich denke mal die werden wir hierher bekommen mehr so was man so wir finden alles auch dieses Geheimnis wird kein Geheimnis mehr bleiben denn Geheimnisse sind meistens dafür da um aufgedeckt zu werden wenn man denn welche hat selten nur dass ein Geheimnis ein Geheimnis bleibt weil wenn man ja schon weiß dass jemand ein Geheimnis hat dann ist es ja nicht mehr wirklich ein Geheimnis nicht mehr so wirklich aber das ist jetzt eine ganz andere Theorie ziemlich dunkel hier unten ziemlich ungemütlich aber das ein Pilti aber noch ein Pilti aber hier ist eine Plattform das hat mich jetzt gerade viel mehr interessiert nicht die Tür wenn ich wieder runter macht denn jetzt wieder kaputt die Kosti verstehe schon ist doch alles ja kein Problem das ist doch alles kein Ding so müssen wir jetzt den ganzen Weg wieder zurück eiern das ist ja auch nicht so wild so weit ist der Weg ja wieder nicht ich bin nur gespannt wie sich das Rätsel denn um um erstreckt und setzt ein bisschen schwieriger wird und bis jetzt waren die immer wenn ich ehrlich bin etwas das sieht nach dem Kampf aus und man muss ja auch nicht immer kämpfen Alice ist ja von Natur aus ein sehr liebevolles Mädchen muss man ja noch immer mal wieder erwähnen das vergisst man doch sehr schnell muss man ja mal sagen man sieht ja Alice eher mehr als blutrünstiges kleines Mädchen und wer das nicht so sieht der lügt ein bisschen so und dann sind wir auch hier oben angekommen und haben das letzte und wir werden geportet weil wir so höflich waren immer so und jetzt heißt es natürlich mal wieder ein bisschen den Kopf einsetzen aber das ist doch für uns alles kein Problem bläben hihihi hihihi zurücksetzen ja das gefällt mir nicht das kann so nicht gewesen sein auch wenn es sehr verlockend ist hier mit anzufangen ich habe so das Gefühl das ist oder wir fangen mal auf der Seite an in der Hoffnung ja ich glaube ich hab's eins ja warte warte das darüber das da haben wir das Tor ist offen nun kann ich wohl meinen Aufstieg zum Gipfel fortsetzen genau Alice und wir werden dich dabei begleiten an dieser schier verrückten Welt so wie ich das immer zu sagen fliege weil es auch einfach mal stimmt da mal wieder viele Gegner das ist klar ich meine was macht man sonst wir haben Gegner die zwar noch ziemlich weit weg sind natürlich trifft ja auch noch eine Ratte aber noch sieht alles sehr sehr überschaubar aus auch wieder ein paar Szene doch schon einige gewonnen und ich höre eine Schweine Nase nicht genug damit dass sie uns ausbeuten und töten sie während ihre Brut von unseren verrottenden Körpern Gesundheit schon im Voraus bitte jetzt muss ich irgendwas getan haben da haben wir was besonderes drinnen Brows äh eine kleine Belohnung wahrscheinlich wieder die werden wir uns natürlich zu oder zu gemüte fühlen als Symbol der Zuneigung tauschen bliebende oft eine Haarlock das menschliche Herz kann mit tausend Schlüssel und nichtsdestotrotz müssen wir hier irgendwie irgendwo hin ich denke mal über uns war ja dieses komische Teil das da da müssen wir rauf ich brauchte man nur dass wir von hier aus darauf kommen und dann haben wir auch den Part wieder geschafft Müll würde ich jetzt mal so sagen wenn ich jetzt hier keinen großen Fehler mir erlaube so okay Aua Wer? Ich kann Rotkäppchen rückwärts. Ich kann das Einmaleins bis zur Elf. Ich... Ich habe jede Menge Verstand. Wirklich? Überzeug mich. Um die Sperre zu beseitigen, wecke den Frosch und leere seinen Magen. Das da wecken? Was ist mit seiner Zunge? Und den ganzen Warzen? Und woher weißt du das? Ich sah, wie es geschehen kann, während ich schlief. Nicht das große Ding. Nicht das große Ding. Nicht das große. Okay, das ist die Zunge, die Steffung. Schass, du bist wie echt. Oh, 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 oh. Alice, du sollst das dicke... Alice, ich hab dich ganz verliehen, aber... Ich hasse euch. Somit haben wir das auch jetzt besiegt. Und wenn ich den Gong schlage, wach er bestimmt auf. Ich hoffe, er frisst uns dann aber nicht auf. Ich will nur bitte den Gong schlagen, kleines Mädel. Nein, vielleicht nicht damit. So heiß. Nee, 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 das hat einen anderen tiefgründigen Sinn. Wie man diesen Gong schlagen will. Wie auch immer man ihn... Ich schnelle es gerade nicht. Ach, schau mal her an. Da haben wir noch ein kleines Versteckeli. Was ein Wunder. Was ich so alles finde. Ist ja geil. Sogar aber richtig der Weg, so wie es scheint. Vielleicht kommen wir ja hier auf eine bessere Möglichkeit, diesen Gong zu schlagen. Zieh mal dran, Alice. Also bitte raus. BAM! Lol! Ich tue so wahr. Hallo, Froschi! Hehehehe! Hehehe, 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 geil. er ist cool jetzt schön gemacht und wieder mal vorzugleich gut raus ich denke mal dass wir hier jetzt noch weit zum so schnell schnell ich weiß nie wo ich aufhören soll wir brauchen die mir noch mal zähne vorhin den Löffel abgibt Naja gut könnte er ja alles haben wir sind hier aber auch verdammt tief irgendwo in der Pampa Leute klingt doch noch was ich werde hier einen Cut machen genau an dieser Stelle hier denn ich denke mal wir haben hier noch viel zu erkunden und wir sind gerade so es wird auch wieder ein bisschen mystischer in dem Spiel aber wie immer zu interessant und ja begleitet mich einfach bei wenn es wieder heißt Willkommen zum nächsten Part bei Let's Play Alice du bist noch kein Abonnent aber dir gefallen meine Videos was hält dich verdammt noch mal auf klick einfach hier oben auf abonnieren dir hat das Video gefallen gib mir einfach einen Daumen hoch klick einfach auf mag ich und schon sehe ich was euch gefällt und was zum Beispiel nicht dir hat das Video gefallen und du musst unbedingt einen Kommentar loswerden dann schreib doch einfach einen zum Beispiel wie du bist einfach nur geil wenn du mich weiterhin unterstützen willst kannst du auch das Video was dir gefallen hat einfach zu deinen Favoriten hinzufügen damit deine Freunde wissen das Video hat dir gefallen Danke Bro wenn du mir noch weiterhelfen willst kannst du zudem auf Teilen klicken und auf das Facebook-Symbol klicken du solltest einen aktiven Facebook-Account haben und kannst dann zum Beispiel deinen Freunden mitteilen einfach mal gucken Danke Bros